Hallo und herzlich Willkommen bei meinen Let's Plays. Heute kommen wir zu einer weiteren Folge Black Ops 3. Viel Spaß damit! Fangen wir gleich mal an. Öffnen dieses Spiel. Spiele suchen. Standard Team Deathmatch. Waffen bereit machen, geht klar. Wow! Oh, der erste Turret. Wow, da geht's nicht lang. Ah, da war noch einer. Zweier! Was passiert? Naja, getroffen hab ich ihn ja. Feindliche Drohne gesichtet. Nein! Staller Fail! Scheiß drauf. Ist nur ein Spiel. Achtung! Feindliche Schwebeladung gesichtet. Getroffen hab ich aber auf jeden Fall wieder. Treffen alleine bringt nicht viel. Schau lieber weg. Mein Freund. Wird sie gerade die Drohne mir gegen den Kopf hauen oder was? Schau lieber weg. Fáck! Naja, zu Hause. Na ja, zu Hause. Wau. Oh, ich weiß noch nie. Die verbündete Drohne nähert sich Sauberer Treffer Boah, ob ich die mit dem Schuss kann ich das hinkriegen Geil Nein Scheiße Okay, das geht Ach Mensch Aha, gut Jetzt hab ich's rausgefunden Achmon, ich hab' ich ihn nie getroffen Ein Scheiß Achso, okay Hat der ein Glück gehabt, der Scheiße Hätt ich's so geil haben können Nein Jetzt war der weg Ach, fast Drohne nähert sich Doppeldinge Achso, okay Achso, okay Rüstung ausgefallen Ja, hab ich echt mitgenommen Den anderen hab' ich steuern lassen Scheiß drauf Verbündete Drohne nähert sich Jaa, mit dem Messer ist klar Ja, mit dem Messer ist klar Verbündete Schwebeladung eingesetzt Wow Mann, bin ich schlecht Der Übermachter am Meister Jaa, mit dem Messer ist klar Jaa, was ist klar Ach, Mann Bin ich ein Nupe Naja, ist klar Achtung Feindliche Vorräte von oben Aktivität Feindliche Hellstorm über uns Glückwunsch zur Befendung Danke Au War's mein Geschenk oder was Feindliche Drohne nähert sich Feindliche Schwebeladung im Operationsgebiet Weiter vorrücken Der Sieg gehört uns Ja, ist gut Achtung Feindliche Blitzschlag Zielerfassung Aktiv Feindlicher Blitzschlag Bevor Herz Hecht Biss Bin Ab Bist V W W uts Ziel erledigt! Ich hab's erledigt und du? Scheiße! Da kommt noch einer Hohre und knallt mich weg, ey! Nein! Ich lass nur in Ruhe! 6 kills, naja! Kommando, erbitte Verlegung zu neuem Brennpunkt! Gut! Und dann sagen wir, dass das schon mal noch eins ist? Wir haben noch noch mal ein Jahr! Leere Worte! Hm, sehe ich auch so! Nicht außer leere Worte! so nach dem freigespielt wieder wer super nice okay cool immer gerne mit Klar, danke. Gott, ist da aber so geklärt. Ich nehm... Macht Zufall, scheiß drauf. Level 8! Na ja. Wenn die anderen angucken, 325, also da wird mir schon wieder schlecht. Das müssten, das müssten in der Dauersucht ist, die die ganze da hier drin hängen. Schlimm. Na komm. Oh, okay. Na komm. 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... FIRE! Oh, 3 gegen 3? Langweilig. Findest du noch nie einen Gegner? Team Deathmatch. Jo, geht los. Wenn bereit. 3 gegen 3 ist nicht wirklich. Ja, der hohe ist im Gegner-Team. Scheiß drauf. Jo, scheiß drauf. Jo, scheiß drauf. What? Was ist das für ein Typ? Alter Schwetel. Leck mir am Arsch. Ja, mach das leicht alleine. Dann brauch ich Räumschmer machen, so gut. Ja, ey. Ich gebe richtig an die entgegen nämische Wolke. Trifft endroit gar nicht! Alter Halsmaul. Naja. Das wird doch ne Lustrunde für mich! Davon Typ, Alter! Ach komm! Ja, ist... Bist doch nicht ganz normal! Ja, toll, Alter! Was ist da für ein Typ? Ach komm, ne! Scheiß! Was ist denn das hier? Ah, das ist cool! Wow! Ich höre jetzt ganz schön zur Sache! Der große Typ gibt auf den Sack! Wieso treffst du denn den Wichsern, ey? Was ist das für ein Typ, ey? Die sterben aber auch nicht wirklich! Ist das für eine falsche Waffe oder was? Nein! Es wird ein Lose! Zuk лучше. Was ist das für ein Typ? Alter Schwede. Ich bin ja nur tot. Ja, so. Boah, guck mal, ich schalte gar nichts mehr, oh Gott. Jetzt müssen wir einen engen Kill machen. Verbündete Drohne nähert sich. Feindliche Drohne gesichtet. Ach, leck mich doch. Die Drohne nähert sich. Tee, krass. Guck, keine Chance hier auch zu überleben. Getroffen hab ich wieder. Bringt du bis trotzdem nichts. Verbündete Vorräte nähern sich. Feindliche Hellstorm über uns. Ja, ist klar, ne? Genau triffst du mich, ne? Donnergräueln im Operationsgebiet bereit für Markierung. Warte, warte, du willst nur einen Kill machen. Alter, immer auf mich. Verbündetes verstärktes Geschütz eingesetzt. Soll ich einen Kill machen? Achtung, feindliche Drohnen herziehen. Firebreak geräuchert. Kinetikrüstung erschöpft. Schwebeladung unterwegs. Kommt welches auf die Enkel? Achtung, feindliche Schwebeladung gesichtet. Oh, man. Achtung, feindliche Schuss. Ja, klappen können. Ich muss den Ehen treffen. Ihr enttäuscht das Abkommen. Kämpft härter. Ich hab echt gewinnt. Ich hoffe, ich habe einen Ehen. Ich hab Firebreak ausgeschaltet. Aufgeschaltet. Wow. Absolut wow. Ah, Mann ey. Vertrebe ich schon mal so eine Socker und dann, eh, stirbt die nicht schonmal. Angriffseinheit erledigt War ein geiler Kill Absolut geiler Kill Ach scheiß drauf Sie haben uns erledigt Evakuieren und neu verstärken Klar trat 417 War auf jeden Fall richtig nice gewesen Musch ehrlich sagen Also mir hat's gefallen Genau das sehe ich auch so Scheiß drauf Ja komm Also Leute Wenn's euch gefallen hat Lasst ein Daumen oben da Lasst ein Kommi da Oder ja Lasst ein Abo da Würde mich sehr freuen Absolut Also Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao